Hey Leute, hier ist Anne und zwar geht bei uns jetzt in ein paar Tagen wieder die Uni los, aber bevor der Unterricht wieder startet, haben wir uns gedacht, machen wir nochmal einen kleinen Ausflug und zwar mit dem Round One Bus, den könnt ihr dort im Hintergrund gerade sehen. Und zwar ist Round One eigentlich eine Spielehalle slash Bullinghalle, zu der es halt immer einen Shuttlebus gibt, also nicht überall, aber in den meisten Städten. Ja, wir werden mit diesem Bus zwar mitfahren, aber dann zu Don Quixote und Off House gehen. Eigentlich ist das so nicht gedacht, aber eigentlich interessiert es auch niemanden, wo man dann hinfährt, wenn man mit diesem Bus ankommt und deswegen machen wir das heute einfach. So, wir sind jetzt am Don Quixote angekommen und wie gesagt, dieser Round One Bus, der ist komplett kostenlos und den gibt es in mehreren Städten. Also wenn ihr irgendwo mal seid, einfach mal auschecken, ob es das da oder dann aufgibt. Und heute, ich werde mich auf Englisch verwendet, weil ich nicht alleine bin. So, ich bin mit Grace. Hallo! So, sie wird also vielleicht starten zu vlogen, sie ist auch schon mal ausprobiert, also ich habe versucht, sie ein bisschen zu helfen. Und ja, heute, wir gehen zusammen zu Don Quixote. Und ja, wir sind einfach mal in der Zeit, also, wir gehen. So, let's go! We're actually hunting for the Sakura kind of KitKat, but yeah, they just have like strawberry and matcha. Yay, we found them, so they're Kinako and Sakura. Really, really nice. Actually, they are currently my favorite one. My favorite one used to be matcha and Sakura, but those are better, so. What is Kinako? Kinako is like, it's roasted soy bean, but it's like a powder. They also have the Easter edition. Yay! Since I won't get the awesome German Milka Easter eggs for Easter, I actually have to get something else. Für alle, die sich fragen, was das jetzt eigentlich für ein komischer Laden ist, wo wir hier sind. Also, Don Quixote ist mehr oder weniger ein Laden, wo es einfach alles gibt. Jeden möglichen Scheiß. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, so, very, very cheap Cosplay-Zeugs. Ansonsten, halt über Schminkzeugs, über Klamotten, über Süßigkeiten, Essen, keine Ahnung, wirklich alles für einen Sportpreis. Aber dementsprechend sieht es halt dann auch ein bisschen aus, so random ist es dann auch. So, we're now, I have one and a half hour left, and we actually want to go to Off House too, but right now we're stuck at Mr. Donuts. Yay! Wir sind jetzt im Off House, wo es halt sehr sehr günstig Klamotten gibt. Ich hab euch davon schon mal erzählt. Wir müssen jetzt aber dann auch gleich wieder zurück, und zwar wollen wir den Round 1 was zurück zur Cooper Station wieder erwischen. Wir sind zurück in der Busse, und wie gesagt, die Busse ist völlig frei, also es ist wirklich, 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 sehr schön. Ja, das ist mein Englisch, die Lack of Vocabulary, aber es ist eine wirklich, sehr gute Option, um zu gehen, woanders zu gehen. Just check out die Bereiche, die Rund 1 Station, vielleicht, Rund 1 Station, ich weiß nicht, Rund 1 Station, vielleicht etwas Interessantes, wenn du willst, und dann kannst du diese Busse benutzen. Und ja, wir sind jetzt zurück nach der Train Station, wo wir mit den anderen Ex-Saint-Students, und dann wir essen Hoto, die ist die local, äh, food, thing hier in Yamanashi. Und... Famous dish. Ja. Wir sind jetzt zu Starbucks, weil wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, und ich habe die Sunshine Mango Mandarine Tee, which was actually really, really nice and it reminds me of German fruit tea. So in Japan, there's not so much fruit tea, they have a lot of, like, green tea and black tea and so many other tea-tea-teas. But, like, the fruit tea we have in Germany, I don't know, I feel like this is a German thing, because not so many other people are so crazy about that, like me. So yeah, but it reminds me of that, and I was really happy that I got it. We're now done eating Hoto, and, uh, on our way back home, but it's freezing cold, even though it's already, like, middle, not middle of April, but already April, actually, like, yesterday was really hot, but... Today it's so cold, but yeah, how did you like the Hoto? I loved it, it was delicious. Yeah, so it was really, really big, that's why I don't go and eat it so often, but we shared one, so... Yeah, I actually, I expected it to be, like, really, more of a vegetable flavor, but the soup was really delicious, like, it had more flavor to it. I think it is also Miso soup, I'm not really sure, but yeah. And yeah, so I will end the video here, and then we will see you again in my next video.